hallo liebe spielende hier ist wieder gary metatron mit einem neuen video zum talos prinzip und heute öffnen wir mal die etage nummer drei wir haben nämlich in den letzten let's place in der mittelalter welt genug rote steine gesammelt um nun die tür hier auf etage drei im turm zu öffnen und dann werden wir auf jeden fall noch auf die nächste etage fahren mal schauen wie etage vier so aussieht und wir werden natürlich noch ein paar neue steine besorgen heute also alles dabei turm neue welt neue steine wir werden heute alles mal angehen so und jetzt gucken wir mal wie wir hier das ding auf kriegen jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier wie wir am besten diese stäbe legen und diese steine legen das ja ein bisschen rätselarbeit puzzle arbeit aber ich glaube das ging relativ zügig hin müssen wir mal gucken vielleicht muss man nicht alle so quer legen sondern auch ein bisschen hochkant so das dürfte nicht so schwer sein dadurch dass man vier von den langen hat hat man eigentlich relativ gute möglichkeiten zu variieren so jetzt packen wir hier mal einen rein und jetzt gucken wir mal dass wir da unten da passt ja eher der andere hin moment der da passt da ja auch hin dann könnten wir den nämlich hinstellen und nein schade hat noch nicht geklappt aber wir sind knapp dran uns fehlt nur noch ein einziger jetzt müssen wir mal gucken wie wir den noch richtig hinstellen ich packe mal ein von den langen weg so ich glaube ich hab's schon weil wenn ich den jetzt hier weg nehme brauche ich nur noch zwei von denen hier quer zu legen wunderbar und dann haben wir es auch schon super Tür 3 ist offen jetzt müssen wir nur noch das rätsel dahinter lösen das natürlich noch mal so eine kleine schwierigkeit bis wir dann auf etage 4 hoch können nach unten schauen geht schon gar nicht mehr und nun hier die kapsel manchmal schaue ich in den spiegel und sehe mich als ein außerirdisches wesen wer bin ich ich denke warum habe ich diese augen warum sehen meine hände so aus warum sehe ich die farben die ich sehe warum denke ich so wie ich denke ich habe mich nicht entschieden zu existieren ich wurde erschaffen jeder einzelne teil meines körpers jedes molekül meiner dna ist teil einer geschichte die seit millionen von jahren erzählt wird ich existieren nur durch die entscheidungen und opfer die von so vielen anderen vor mir erbracht wurden aber ich weiß nicht wer sie waren und welche auswirkungen werden meine entscheidungen auf jene haben die nach mir kommen vielleicht ist das ein teil davon ein mensch zu sein jede spezies ist teil dieser geschichte aber unsere ist die einzige die sich dessen bewusst ist der untertitel war jetzt nicht so wirklich synchron zu dem was die gesagt hat aber gut ich habe ihr nur zugehört und nicht gelesen und hier sehen wir schon hier haben einen rekorder und einen jammer und jetzt gucken wir mal wir rekorden also wie wir dieses tor hier öffnen und das dürfte es auch erstmal gewesen sein durch die recordings kann ich jetzt das teil nehmen und das zweite tor öffnen oder ich könnte von innen das tor hier jetzt aufmachen genau so und jetzt haben wir schon mal die möglichkeit an zweite tor zu gehen wenn wir jetzt ein recording machen und dann machen wir noch ein recording nehmen den hier um das zweite tor zu öffnen also die rekordete version so und dann wäre das recording eigentlich fertig weil dann könnte ich mir ja im original das original nehmen und das letzte tor öffnen aber ich muss ja wieder raus das heißt am ende des recordings muss ich erstmal hier wieder den jammer umstellen damit ich überhaupt wieder rauskomme so jetzt gehe ich schnell rein mein recording öffnet öffnet das nächste tor ja mach schon habe ich so lange gebraucht okay und wir sind drin sehr schön jetzt haben wir noch zwei texte einfach kurz pause drücken wenn ihr die lesen wollt ansonsten überspringe ich die auch immer sehr schnell so und damit können wir auch schon an den rechner und versuchen mal die etage nummer vier zu öffnen mal gucken was wir dafür machen müssen beim letzten mal mussten wir schon einen code finden und konnten nur durch den code auf etage nummer drei der hing aber an dem rechner dran mal gucken ob wir jetzt auch einen code finden müssen so osiris passwort da steht es ja eigentlich schon erstmal lesen wir gegensätze was haben wir denn hier ohne gegensätze gibt es keinen fortschritt ok das ist jetzt wieder irgendwas philosophisches das können wir eigentlich schon mal wieder schließen dann haben wir hier das osiris passwort was steht da und da im turm wirst du auch ja bla 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 unten stockwerk vier kennen wir 917 also wer das hier nicht gelesen hat weiß nicht das passwort 917 sollten wir uns mal im kopf behalten ich denke mal damit kommen wir dann gleich auch ein stockwerk wieder höher ob dann die roten steine reichen die wir haben weiß ich allerdings noch nicht und hier haben wir den dritten text das urteil des hepatos naja gut auch wieder philosophisch können wir auch wieder überspringen und jetzt gucken wir mal in den device manager ja er lädt und stockwerk zugangskontrolle die nummer zwei jetzt sehen wir da vierter stock gesperrt wir versuchen den vierten stock zu öffnen und 917 code akzeptiert sehr schön damit ist der vierte stock entsperrt und damit können wir über den aufzug nach oben fahren dann sehen wir mal wieder einen neuen stock und mal gucken wenn die steine nicht reichen müssen wir dann gleich noch so ein oder anderen stein holen so und das hier war jetzt turm stockwerk drei die texte die sind jetzt auch wieder im tagebuch drin also weiter geht's wenn wir sie noch mal lesen müssten können wir noch mal reinschauen jetzt bin ich mal gespannt ist der aufzug bereit jawohl vierte etage leuchtet auch danach haben wir noch etage 5 und 6 vor uns also nach sechs etagen scheint der turm erledigt zu sein und wir fahren weiter hoch jetzt kann man gar nicht mehr runter gucken nur noch in die ferne ist mittlerweile also so hoch dass wir gar nicht mehr die gebäude unten sehen und jetzt sind wir auch oben sehr schön vierte etage da ist nix da ist das schloss da brauche ich ja noch mehr steine als sonst das bedeutet noch viele viele sammeln oben seht es jetzt für etage vier wie viele rote wir jetzt noch brauchen und damit gehen wir mal runter so mein kind steige nie in den turm hinauf dieser weg war nie für dich gedacht deine bestimmung wartet auf dich im garten der welten ja der sagt mir jetzt ich soll nicht auf den turm aber was ist der garten der welten den kenne ich auch nicht ich habe ja bis jetzt die ägyptische welt gemacht die griechische welt jetzt komme ich hier gerade in die mittelalterliche welt aber was der garten der welten ist weiß ich nicht also ich denke mal es gibt zwei verschiedene enden einmal irgendwas oben im turm und da vorn ist auch noch ein tor hier vielleicht auch ist hier hinter dem tor das ende aber jetzt machen wir erstmal noch ein paar rote steine und gehen hier mal in den bereich nummer zwei so da sehen wir auch schon was wir hierfür rote steine kriegen können und jetzt haben wir auch das neue werkzeug nämlich diesen hampelmann oder was das sein soll jetzt gucken wir mal was der macht die kurze wand das ist also eine wand da bräuchten wir einen jammer für dann könnten wir da rein wir haben aber nur einen rekorder da stehen hier haben wir nochmal einen kurzen text wen kümmert es wenn ich meine verachtung auf diese wände kritzele wenn ich doch immer noch von ja ok war auch wieder nichts wichtiges und wir haben hier ein paar treppen da können wir hochklettern und wieder runter da haben wir eine statue eine engelstatue naja gut und mehr sehe ich jetzt hier erstmal gar nicht sieht alles ein bisschen ungewöhnlich aus wie soll ich mit dem rekorder hier durch wenn ich nichts habe womit ich arbeiten kann da liegt noch was auf dem boden was ist das eine plattform ach das ist gar kein hampelmann das ist eine plattform ja klar und darauf kann ich mich stellen ach das ist ja cool dann nehme ich doch mal auf wie ich mich mit dieser plattform dort hinten hinstelle so als originalversion kann ich jetzt auf meine kopie drauf springen und der könnte mich jetzt tragen und zwar zunächst auf die nächste mauer am besten denke ich mir weil durch das gitter da geradeaus können wir nicht also links oder rechts zu der mauer gehen wir doch einfach mal rechts hier zu der mauer und dann könnte ich von hier aus von meiner kopie auf die mauer springen so jetzt gehe ich mit meiner kopie weiter springen dann auf der seite wieder auf meine kopie drauf und meine kopie trägt mich nun zu dem tor genau auch wieder zu der mauer die daneben ist ja und dann kann ich ja eigentlich weitergehen und den stein aufheben so müsste das recording eigentlich jetzt passen mal gucken ob ich das hier zeitlich alles geregelt bekomme also ich laufe schnell hier die treppen hoch warte auf meinen recording mit der plattform und jawohl ich kann drauf springen jetzt bin ich mal gespannt ob ich runter falle oder noch ein bisschen hier mit navigieren muss ich tue erstmal nichts ich wachte mal ab was passiert ja ich habe bisschen lange hier gestanden ich wusste nicht ob ich irgendwas besonderes noch machen muss und dann bin ich losgelaufen ja geht automatisch wunderbar und mit der leertaste springe ich auf die mauer so wie ich es vor hatte jetzt läuft mein recording hier wunderbar auf die andere seite mein doppelgänger so und jetzt bringt er mich darüber das passt doch schon mal super das war ja mal ein richtig kurzes rätsel mit dem neuen werkzeug sehr cool und damit haben wir einen weiteren stein für etage 4 und auch eine errungenschaft bekommen nämlich dass wir das werkzeug das erste mal sinnvoll eingesetzt haben jedenfalls auf steam gab es die errungenschaft hat man jetzt nicht gesehen im video so und was haben wir da zweifel nicht an dir selbst jetzt brauche ich auch nichts mehr aufzunehmen was da oben drauf irgendeine rune oder so naja gut und jetzt haben wir natürlich noch zeit für einen zweiten stein wir gucken uns jetzt noch einen hier an gucken uns hier ein bisschen mal die burg an die hier so ist sieht auf jeden fall gut aus und jetzt hier den zweiten stein ein graben und ein zaun okay da kommen wir nicht hoch hier sind wir was haben wir hier einen kleinen bereich wo jemand runter gehen kann eine plattform einen rekorder einen laser punkt wo wir reinschießen müssen und diese kiste okay ich sehe schon was wir machen müssen wir müssen den laser so hoch mit dem connector verbinden dass wir an diesen laser punkte kommen dafür müssen wir diese kiste auf meine kopie stellen auf die plattform stellen und auf diese kiste drauf dann noch mal den connector das heißt jetzt mache ich die kopie und mit meiner plattform stelle ich mich jetzt hier unten hin mit meinem original stelle ich jetzt auf diese kopie hier hier den die kiste und dann den connector den ich da mit dem laser connecte und dann gehe ich hier hoch damit ich dann noch mehr verbindung habe zu dem laser und wisst ihr was ich springe sogar noch hier auf diese kiste drauf damit ich noch höher bin und dann müsste auf jeden fall der connector diesen laser punkt treffen und dort das tor öffnen also so müsst ihr das in etwa machen hoffe ich jetzt probieren wir das mal hier also aufnahme ist erledigt jetzt geht der da runter wir nehmen die kiste legen die auf den drauf und legen den connector drauf vorher müssen wir natürlich die beiden sachen connecten so und jetzt gucken wir doch mal also der wird jetzt hochlaufen und mal gucken ob das dann schon reicht habe ich das mit der kiste umsonst ne es hätte nicht gereicht ihr seht es ich muss auch noch auf die kiste springen da habe ich doch wirklich schon im ersten schritt das richtig aufgenommen sehr schön und damit sind wir nun am zweiten stein und die zweite lösung ist durch wir haben die etagen gesehen dein wissen wächst aber sei auf der hut vor der versuchung jo und elohim hat auch schon wieder gesprochen ich würde sagen das war doch schon wieder ziemlich viel für ein let's play und beim nächsten mal holen wir uns die anderen zwei steine heraus gucken uns den computer da vorne an und schauen mal ob wir den bereich 3 auch schon im mittelalter sehen dann machts gut lass mir ein like dann ein abo das wäre super nett bis dann bye bye bis dann